Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Dienstag wieder dabei seid. Brasilianische Offensivkraft für Borussia Mönchengladbach. Gladbach interessiert Ande Nilsson und Kölmür. Botelli eventuell vor dem Abflug. Und Gladbach spielt im Achtelfinale des DFB-Pokals auf dem Weg nach Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Das gilt es heute zu besprechen und vieles mehr. Und es freut mich wie immer, dass ihr dabei seid. Und fehlt Gladbach an Kreativität? Brauchen wir eine brasilianische Offensivkraft? Wenn ihr sagt, ja, dann lasst gerne einen kostenlosen Sabo und einen Daumen nach oben für Buschis Borussia da. Und wenn ihr sagt, nein, und mich trotzdem auf dem Weg zu den 16.000 unterstützen wollt, lasst auch gerne einen kostenlosen Sabo und einen Daumen nach oben da für Buschis Borussia. Und jetzt starten wir rein, weil wir viel zu besprechen haben. Und wir fangen an mit der News von gestern. Gladbach interessiert an brasilianischem Offensivtalent. Den Nilsson aus Brasilien, wir gucken ihn an, ist ein Allrounder im Endeffekt im zentralen Mittelfeld. Spielt bei Cuiba in Brasilien. Das hat die IGS Porte berichtet. Da sind auch mehrere Klubs daran interessiert. Was ist zu den Nilsson zu sagen? Hochspannender Mann, wie gesagt, hat jetzt 51 Pflichtspiele für seinen Verein gemacht. Fünf Scorer-Punkte, variabel einsetzbar in der Zentralen, im offensiven Mittelfeld. Ja, und als Fan, wenn man Brasilien hört, dann denkt man direkt an Raphael. Und ja, er kann wieder zwei, drei Spieler plötzlich auf dem Bierdeckel ausspielen. Ein bisschen mehr Kreativität. Ich finde, sowas fehlt uns schon so ein bisschen, so ein Spieler in der Zentralen. Der Manu Cuné kann das mit abstrichen. Aber so einen klassischen Zehner, der dann, ja, mit kleinen Haken mal zwei, drei Spieler aussteigen lässt. Ich glaube, gerade in Freiburg hat uns sowas so ein bisschen gefehlt, so ein bisschen, ja, was Extravagantes. Könnte man unseren Kader definitiv noch hinzufügen. Den Nilsson ist so eine Art Spieler, ich sag mal, noch ein bisschen defensiver. Aber ich finde es gut, wenn man sich da mal was anderes überlegt. Nicht nur in Frankreich, Österreich, Schweiz, Deutschland scoutet, sondern auch mal wieder in Brasilien. So ein Raphael 2.0, das wär's doch. Als Fan denkt man dann direkt wieder in zwei Jahren, spiel mir wieder Champions League mit einem Brasilianer. Weil ich finde, grundsätzlich fände ich es sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr cool. Da sind aber noch andere Vereine dran. Braga, Turin, Olympiakos, Pireos, Las Palmas und Real Valaduid. Es ist noch nicht klar, ob es ein Transfer für den Winter werden soll oder für den Sommer. Grundsätzlich, wie gesagt, ein Brasilianer fände ich mal wieder hochspannend. Ist allerdings noch vertraglich gebunden bis 2027 und 22 Jahre alt. Ich finde die Lösung trotzdem charmant. Das muss ich dazu sagen. Den Nilsson, einfach spannender Typ. Viel kann man zu dem nicht sagen. Ich habe den noch nie spielen sehen über 90 Minuten, die Highlight-Videos. Da kannst du auch ein Highlight-Video von mir aus der Kreisliga zusammenschneiden. Das sieht immer gut aus. Wie gesagt, trotzdem finde ich es sehr, sehr spannend. Und ich würde immer gerne wieder einen Brasilianer am Niederrhein sehen. Und dann kam gestern, was auch relativ auffällig ist, noch ein Offensivspieler auf der 10. In die Gerüchte Küche, Kölnmür vom FC Augsburg. Hat noch keinen Pflichtbefühl in der FC Augsburg gemacht in der deutschen U19. Überzeugt er aber mit fünf Spielen und vier Scorer-Punkten bei Christian Wörns, glaube ich, in der Mannschaft. 18 Jahre alt. Das war auch im Kader gegen uns beim 4-4 diese Saison. Hat allerdings noch kein Spiel gemacht. Ist beidfüßig, ja, vertraglich noch bis 2027 an den FC Augsburg gebunden. Also das wird kein günstiger Spaß, wenn du den Mann haben willst. Wie gesagt, großes Talent. Aber mit Talenten kennen wir uns aus. Und da ist einer, der in Holland für Furore sorgt. Und da sind wahrscheinlich auch die anderen beiden Personalien ein bisschen dran gebunden. Oskar Fraulo, eine sehr, sehr erfolgreiche Leier bis jetzt zum FC Utrecht. Hat jetzt neun Spiele gemacht. Zwei Tore und wirklich technisch sehr, sehr hochwertige Tore gegen Ajax Amsterdam. Mit einem Lupfer aus dem Lauf. Und jetzt, ich weiß gar nicht gegen wen, das war wirklich eine Direktabnahme. Sehr, sehr sehenswert. Dazu noch eine Torverlage. Also der Mann ist in Holland definitiv on fire. Er hat eine Kaufoption. Wie hoch die ist, wurde nicht veröffentlicht. Man hat mal so zwischen den Zeilen gelesen, so zwischen zweieinhalb und drei Millionen. Was natürlich relativ gering ist. Er ist ein technisch feiner Spieler, ob es für das ganz hohe Bundesliga-Niveau reicht. Das weiß ich nicht. Man scheint, wenn man die Kaufoption so gering gehalten hat, ist man im Niederrhein nicht überzeugt von ihm. Also beziehungsweise nicht so überzeugt, dass man sagt, okay, wir setzen die jetzt auf zehn Millionen. Die könnte Utrecht nämlich sowieso nicht zahlen. Und aktuell ist Utrecht auch noch auf dem direkten Abstiegsplatz. Sollten sie absteigen, ist das Thema, denke ich, erledigt. Dann würde er wieder zurückkommen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, unsere Laien funktionieren in letzter Zeit. Jetzt bei Oskar Fraulo, bei Kersken in Bielefeld funktioniert das sehr, sehr gut. Bei Rocco Reitz in Belgien hat es sehr, sehr gut funktioniert. Bei Nikolas, bei Inker Grada hat es, also in den Niederlanden, hat es sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist sehr, sehr gut. Und das ist eine erfreuliche Entwicklung für unsere Borussia. Definitiv. Und Oskar macht so weiter. Bin sehr, sehr gespannt, ob er zurückkommen wird. Und viele, viele Vereine sind auch an unseren Nachwuchstalenten interessiert. Unter anderem Botelli. Da ist jetzt Juve im Gespräch. Da ist Everton im Gespräch. Die Scouts sollen da schon da gewesen sein. Fabrizio Romano hat sich auch bewogen gefühlt, darüber zu berichten. Grundsätzlich Botelli ist eine absolute Maschine. In der U19-10-Spiele, zwölf Tore gemacht. Körperlich für sein Alter schon sehr, sehr weit. Kam letztes Jahr von Servette FC, glaube ich, aus der Schweiz. Hat Vertrag bis 2025. Ich glaube, das ist im Jugendbereich so üblich. Erstmal ist es erfreulich, dass große Vereine Interesse an unseren Jugendspielern haben. Ob es Botelli ist, ob es wahrscheinlich eine Zwida ist. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, dass wir viel, viel Nachwuchs haben mit viel, viel Talent. Wenn man von dem Mann überzeugt ist, sollte man aber versuchen, ihm einen Weg aufzuzeigen. Ob es jetzt ein Botelli ist, ob es jetzt ein Zwida ist, ob es ein Fukuda ist. Wenn die das Potenzial haben, dann musst du ihnen halt den Weg aufzeigen. Und ich finde es grundsätzlich gut, wenn die Jungs sich auf ihre Entwicklung konzentrieren und nicht versuchen, bei dem ersten Geld zu wechseln. Ich kann das verstehen. Das ist sehr, sehr verlockend. Dann plötzlich, ja, schon Millionen zu verdienen als junger Spieler. Aber manchmal behindert es halt auch die Entwicklung. Ich will das keinem vorwerfen, dann den dicken Vertrag schon zu unterschreiben. Aber ich finde, bei Mokuku sieht man es so ein bisschen. Riesengehalt rausgehandelt. Aber für mich, also er war ja immer schon dieses Supertalent. Das wird der nächste Mbappé. Aber aktuell ist es halt so, dass Mokuku für mich maximal ein durchschnittlicher Bundesligaspieler ist. Er kann sich noch entwickeln. Aber ich weiß nicht, ob das immer so förderlich ist. Und vielleicht überlegt sich Botelli, dass er doch lieber am Niederrhein bleibt. Hat so ein bisschen, ich finde, so ein bisschen Brell-Embolo-Vibes. Kommt auch aus der Schweiz körperlich sehr, sehr stark. Ich würde mich freuen, wenn der Junge bei uns bleibt. Aber das ist natürlich jedem seine eigene Entscheidung. Grundsätzlich finde ich gut, dass wir ihn haben. Vertrag bis 2025. Ich weiß nicht, wie das dann mit Ablöse ist, mit so Jugendverträgen. Das kann mal einer in die Kommentare schreiben. Da kenne ich mich grundsätzlich nicht so aus. Was ich aber weiß, ist, dass wir im Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg spielen. Jetzt am Freitag wird es ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg ist jetzt auch noch nicht so prall drauf. Gegen Werder zu Hause 2-2. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Ja, war eher durchwachsen von VfL Wolfsburg. Die sind schlagbar. Kone wird zurück sein. Jordan wird wahrscheinlich ausfallen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mit einem Blick auf die Tabelle können da absolute Big Points eingefahren werden. Definitiv. Ja, es hätte uns schlimmer treffen können. Du hast ein Heimspiel, das heißt zusätzliche Einnahmen. Und wenn du den VfL Wolfsburg im Achtelfinale raushaust, könntest du im VfL bei den Mannschaften, die jetzt noch drin sind, eventuell ein Losglück haben. Und dann Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Europa, wir kommen. Ihr kennt meine Rechnung. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal am Freitag die Hausaufgaben machen. Und dann gucken wir weiter. Wer leider nicht dabei sein wird, ist Ulrich. Sehr, sehr bitter. Gerade so ein bisschen näher an die erste Mannschaft gerückt. War zuletzt auch mal im Kader. An der Schulter verletzt. Wurde hier in Berlin auch schon operiert. Wird bis zum Jahresende ausfallen. Natürlich in seinem Alter und der Entwicklung gerade eine sehr, sehr bittere Verletzung in dem Moment. Aber wir wünschen ihm natürlich nur das Beste, dass er schnell wieder zurückkommt und uns helfen kann. Ganz klar. Und ja, bei Jordan, Adduktorenprobleme. Ich weiß jetzt noch nicht, habe jetzt noch nichts Genaues zur Ausfallzeit gehört. Da wurde noch nichts verkündet. Da wird die Pressekonferenz morgen wahrscheinlich mehr Ausschluss drüber geben. Über die Verletzung und die Dauer. Und dann schauen wir mal. Ist aktuell nicht zu ersetzen, definitiv in der Form. Da haben wir wirklich einen Glücksgriff, glaube ich, gemacht, wenn er schnell wieder zurückkommt. Gut ist auch, dass da eine Länderspielpause ist und dann wird er in Dortmund spätestens wieder dabei sein. Und im Pokalfinale davon gehe ich ganz, ganz fest aus. Und ja, und hoffen wir mal vielleicht, dass es vielleicht sogar bis Freitag klappt. Warten wir es mal ab. Und ja, Seohan und Weigel loben die Entwicklung. Redet sich die Borussia den Saisonstart schön. Darum wird es heute Abend auch um 19.30 Uhr im Fantalk gehen. Im Live-Fantalk bei Buschis Borussia. Könnt ihr gerne dabei sein. Meine Meinung dazu ist, viele werfen mir mal vor, ich habe die Fanbrille auf, ich rede das alles zu schön. Ich setze sie jetzt wieder auf, wenn ich mir die Startelf am Wochenende angeguckt habe. Nikolas im Tor, auf links Luca Netz, auf rechts Joe Skelly. Einen Wöber in der Innenverteidigung, der neu dabei ist. Einen Rocco Reitz im Mittelfeld, der neu dabei ist. Auf links einen Jungen Gumo. Auf rechts einen Honorar, der neu dabei ist. Vorne drin einen Jordan, der neu dabei ist. Und du spielst gegen eine Mannschaft, die wie Freiburg, die schon seit Jahren eingespielt ist. Finde ich die Entwicklung in Ordnung. Die Fanbrille ist auf. Das besprechen wir heute Abend. Und wenn ihr mit mir live sprechen wollt, dann ist die erste Grundlage die geile Discord-Community. Hier sind mittlerweile schon 2.450 Leute drin. Bestens organisiert mit vielen Moderatoren, die da ein Auge auch drauf haben. Bilder aus dem Stadion, meine Lieblingsrubrik. Ihr kennt es, guckt euch hier die beiden Maschinen an. Gegen Freiburg im Stadion, Transfernews, Borussen-Chat. Alles gibt es hier, alle News. Eine sehr, sehr geile Community. Wenn ihr dabei sein wollt, Link ist unten drin. Und um 19.30 Uhr Fan-Talk mit Buschi live auf YouTube. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wir sind Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Da ist kein Check voller Leidenschaft. Für den besten Verein der Welt. Buschi ist Borussia. Die Raute ist, was hier zählt. Alle Neuigkeiten über den besten Verein der Welt. Wo-oh. Wo-oh.